Dass ich mich für ein Finalturnier koordinieren kann. Ich habe mich einfach vorbereitet und bin gekommen. Danke an Gott, dass ich das Turnier gewonnen habe. Und hier ist mein Trainer und da ist mein Bruder und Mr. Carmel, meiner besten Freunde und bester Freund der Familie. Danke auch an Dennis Crauvel, den Organisator, unter dem wäre ich heute gar nicht hier.